Warte, das war ja nicht gut, dass es funktioniert. Da hat ja auch schon mit Daniel Romeo einen Kontakt gehabt, dass er geschickt hat, geht er nicht überlassen. Die wollen wir ja schon so gut, ich muss nicht mehr ein... Aber ich fahre jetzt momentan mit Besuch auf die 100 Watt, 500 Watt und an Binnen, da in der Binnen und See, da geht es dann wieder in der Nutz von der Station, aber das ist schon eine gute Situation, ich muss, dass das funktioniert. Die hohe Postalität ist in Ordnung. Nein, nein, ich bin losgegangen. Nein, 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 ich bin losgegangen. Ja, ich bin losgegangen.